Heide, du bist ja eine extremst sportliche Dame. Was machst du an Sport alles? Laufen. Also Skilaufen weiß ich. Ja, ja. Zwischendurch laufen und ansonsten... Fahrrad fährst du auch. Was kommt? Einkaufen gehen. Das ist ja auch Sport. Habt ihr einen Aufzug? Nein, Treppe laufen. Das finde ich gut. Bitteschön. Das hält sich auch jung. Viele Herrschaften, die im Alter immer rauf und runter... Schönen guten Tag, Entschuldigung. Namaste. Ja, ich trinke auch gern Tee. Am besten Faffa-Münztee, sage ich mal. Ja, ich bin mal Kamille. Kamille ist super, ja. Früher habe ich immer Kaffee getrunken, wie ein Weltmeister. Ist nicht gut. Plötzlich bin ich total auf Tee gekommen. Ja, das war bei mir genauso. Ich trinke jetzt nur noch jeden Tag ein kleines Tässchen Kaffee. Ich bin jetzt 60 Jahre, weißt du, und plötzlich trinke ich... Ja, ich auch. Das ist nicht mit dem Alter zusammen. Jetzt haben wir uns schon so gut unterhalten. Ich bin übrigens der Hochstas von Dr. Heide Rezepat-Zabel. Hallo. Hallo, Digger. Wie heißt du? Ralf. Ralf. Ralf, du bist mir direkt ins Herz gewachsen, das muss ich schon sagen. Weißt du, was man merkt, wenn man sich wirklich direkt miteinander Blödsinn machen kann, das ist eine Ebene, das läuft. Finde ich gut. Finde ich auch, ja. Ralf, was machst du beruflich? Ja, ich bin verrentet. Verrentet? Ja. Hin und wieder gebe ich eben noch, nur just for fun, so aus Spaß, Hypnose. Hypnose? Ja. Ach, das ist ein ganz spannendes Thema. Ja, da geht mein Herz so ein bisschen auf, wenn ich damit was erreiche. Also im positiven Sinne. Im positiven Sinne, natürlich. Ja, ja. Wäre natürlich auch toll, wenn dann sagst du, Heide, bitte mach den Preis höher, viel höher, mindestens. Und das Gleiche machen wir dann eben bei den Händlern, ne? Ja, da kommt es drauf an, ne? Ja. Da kommt es drauf an. Das wäre ja eine Massenhypnose. Das kriege ich auch hin. Das wäre was. Mein Lieber, wo hast du denn dieses schöne Schmuckstück her? Ja, das habe ich in den Sachen von meiner Mutter gefunden. Ich habe das mit einem Freund aufgeräumt und plötzlich fällt mir dieser Armreif so in die Augen. Und dann denke ich, boah, was ist das denn? Interessant, dass Sie sagen Armreif. Es ist tatsächlich so eine, ja, fast schon eine Armspange, ne? Aber sie bleibt trotzdem beweglich. Und da fragt man sich natürlich, wie ist das gemacht worden? Und eigentlich sind es nur Ankergliederösen, die verdreht wurden und dann vierseitig geschlagen wurden. Und zwar zwei Stränge, die miteinander verlötet wurden. Und eben als Ankerkette so verdichtet wurden, dass es aussieht wie ein Fischgrätmuster. Also spiegelbildlich gegratet. Ein schönes Oberflächenbild. Es ist Gelbgold, 585, auch gestempelt, aber sieht trotzdem auch dezent aus. Und schauseitig reißen diese Stränge dann auf und bilden so etwas wie klaffende Furchen. So möchte ich das Motiv hier in der Mitte interpretieren. Und es zeigen sich darin Reihen aus Brillanten in einer Größe zwischen Vierpunkt und Sechspunkt. Ganz gut in der Qualität, also im oberen Bereich weiß und auch in der Reinheit sehr gut. Also sie sind wirklich ein schöner Kontrast, also schöne Lichtbrechungen gegenüber diesem mattierten Gold. Und gut gearbeitet ist das Stück. Es wundert mich wirklich, dass hier kein Goldschmiedezeichen zu sehen ist. Und man möchte hier denken an einen Knoten, der traditionell historisch sehr häufig interpretiert wird, sowohl plastisch als auch abstrakt. Hier ist es eher so eine dynamische, elegante Linie, die deutlich in die 60er Jahre verweist. Ich kann mir so richtig vorstellen, eine elegante Dame mit einer Beehive-Frisur, also einer Bienenkorb-Frisur, an der Copacabana. Schickes Kleidchen an. Schickes Kleid, eleganten Anzug im Hintergrund, an Oskar-Niemeyer-Architektur, also sowas Geschwungenes. Ich sehe da einen Rassencafé, wo wir beide sitzen, das Ganze beobachten. Und schon überlegt man, ob man nicht gemeinsam den Urlaub macht. Mein Lieber. Preiswunsch. Ja, das ist für mich hier wie Tausend und eine Nacht. Ja, wünsch dir was. Tausend und eins. Tausend und eins ist wunderbar. Tausend und eins. So, wir haben Gold, wir haben Brillanten. Jetzt machen wir erstmal den Goldwert. Der Goldwert, der liegt ja schon bei 770 Euro. Das ist schön. Dazu kommen natürlich noch die Brillanten, die sind natürlich klein, aber immerhin circa ein Karat. Und zudem ist das Schmuckstück sehr attraktiv. Von daher möchte ich hier taxieren, das Stück auf 1400 bis 1500 Euro. Oh ja. Das würde mich erfreuen, ne? Ja. Ich würde mal sagen, da hat jemand an der Wunderlampe gerieben, ne? Ja. Das läuft hier. Ralf, du bist ein verdammt netter Kerl. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Mir auch. Mehr davon. Ich danke dir ganz herzlich. Ich habe zu danken. Viel Spaß und herlaut. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ebenso. Da geht es rüber. Tschüss. Tschüss. Ist das ein S oder ein Unendlichkeitszeichen oder eine Muschel? Ne, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, so etwas universelles für jeden zum... Eine Welle. ...selber interpretieren. Eine Welle. Ja, genau. Ah, eine Surfer. Es ist die perfekte Welle. Genau. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Willst du dich einfach von ihr tragen? Denn wir felsen gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle. Hallo. Ich habe ca. 1 Karat Brillanten. Auch von einer sehr, sehr guten Reihe. Dann hat es eine schöne Farbe. Ja. Das Gold ist 40 Karat gestempelt. Und ich starte daher mit 850 Euro. Das ist schön. Guter Start. Ich bin dabei. 900 Euro. 1000. Wusste ich, dass du das sagst. Irgendwie wusste ich es. Aber 1050 ist bei mir auf jeden Fall drin. 1100. 1150 kommt noch von mir. Kommt auch von den Herren noch was? Ne, das macht die vordere Regel, glaube ich. Ne, erst drei, ne? 1250 bei mir. 1300 sage ich noch. Okay. Wollen wir ein Geschäft machen mit 1300 Euro für Armin? Ja. Jetzt sind Sie dran. Ja, ich würde mich natürlich schon so ein bisschen mehr noch freuen. Ich würde super finden, wenn wir auf 1400 kommen und sagen, okay, gemacht. Vielleicht treffen wir uns in der Mitte. Bei 1350. Was hast du dazu? Ich finde den Preis ganz fair, weil ich, also ich gehe da leider nicht höher. Dann sagen wir 1350. Ein Geschäft. Ein Geschäft. Prima. Perfekt. Eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation. Ja, schön. Klasse. Klasse. Schön. Jetzt sind wir die 50. Und dann sind es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13. Knapp 350 Euro mehr als ursprünglich gewünscht. Vielen Ihnen Dank. Super. Vielen Dank. Danke Ihnen. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke schön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schön, dass Sie da waren. Viel Spaß noch. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der war nett. Ja. Wusste. Ja, wusste ich. Also die Händler im Händlerraum, die haben mich richtig begeistert. Ja, wenn ich ihre Gesichter gesehen habe, wie sie da richtig aufgeblüht sind. Fantastisch.